Wir schauen uns heute den Volvo EX30 an. Maximale Reichweite 476 Kilometer in der Long Range Variante. Ladegeschwindigkeit bis zu 150 kW. Damit seid ihr unter einer halben Stunde auf 80%. 318 Liter passen ins Heck. Und damit ihr wisst, wie viel genau reinpasst, hat Volvo hier eine Anleitung versteckt. Wohin mit den Ladekabeln? Die können unter die Fronthaube in den Fuang. Besonders spannend wird es aber im Innenraum. Kommt mit! Hier vorne spielt die Musik im Volvo EX30. Der hat nämlich eine riesengroße Soundbar. Rahmenloser Außenspiegel. Das hier hinterm Lenkrad ist kein Tacho, sondern Sensoren, die aufpassen, ob du aufmerksam bist. Wie schnell ihr seid, das könnt ihr hier auf dem zentralen Screen ablesen. Außen klein, aber innen Platz für bis zu 5 Personen. Viele coole Details und gute Platzverhältnisse. Los geht's bereits ab, ca. 36.000 Euro. Wie gefällt euch der Volvo EX30? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.